Das Schafskostüm ist zurzeit der Ladenhüter. Zu dick, luftige, dünne Kostüme sind dieses Jahr in den Bonner Karnevalsgeschäften gefragt. Bei dem Wetter gerade, kein Wunder. Und damit herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Wenn das mit dem Wetter, mit den steigenden Temperaturen so weitergeht, dann sieht der rheinische Karneval vielleicht irgendwann mal so aus. Ja, Wetter stimmt schon mal. Falls Sie aus irgendwelchen Gründen nicht raus können jetzt sein Karneval, ist das kein Grund, was zu verpassen. Wir übertragen alles live im Internet. Bald ist es soweit, Beethoven-Jahr 2020. Das Beethoven-Haus, das bereitet sich jetzt schon vor. Nächsten Donnerstag macht es zu für Besucher, wahrscheinlich bis zum Spätsommer. Ja, und dann wird vieles neu. Einiges davon hat man heute schon der Presse gesteckt. Jeder dritte Flug am Flughafen Köln-Bonn hat Verspätung. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Damit schneidet unser Flughafen unter den 13 größten Flughäfen in Deutschland am drittschlechtesten ab. Wir waren heute da und ja, Bums, wieder Verspätung. Spurensuche angesagt im Unkeler Einkaufszentrum. Das musste gestern Abend geräumt werden. Etliche Kunden hatten über gereizte Augen- und Atembeschwerden geklagt. Möglicherweise war dort Gas ausgetreten. Riesenaufregung am Nachmittag in Rheinbach. Wegen einer gemeldeten Explosion rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Das Ziel ein Technologiezentrum. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass nur eine Mikrowelle hochgegangen war. Verletzt hatte sich niemand und auch am Gebäude waren keine Schäden entstanden. Neun Menschen sind in der Nacht auf der A560 bei St. Augustin verletzt worden. Eine Frau war dort von einem Auto erfasst worden. Was ist da los im Kreis Euskirchen? Schon wieder ein Großbrand. Diesmal im evangelischen Pfarrheim in Hellental. Die Kirche nebenan, die konnte nur knapp gerettet werden. Es ist jetzt schon der fünfte Großbrand im Kreis Euskirchen in den letzten Monaten. Bei drei der fünf Brände war es Brandstiftung. Die Polizei prüft jetzt, ob es einen Zusammenhang gibt. Wenn Muskeln wachsen, dann freuen sich die meisten. Ja, man wird stärker und fitter. Wenn aber der Herzmuskel unnatürlich groß wächst, dann ist das ein echtes Problem. Dahinter steckt dann die Herzmuskelerkrankung HCM. Bei Günter Tünzmeier aus Bonn wurde sie festgestellt. Eine Diagnose, die sein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Ja, wir haben eben gehört, die Krankheit ist sehr schwer zu erkennen. Wie hoch ist denn die Dunkelziffer? Perfekt. Ist dementsprechend auch nicht heilbar. Aber außer Ruhe kann ich sonst irgendwas machen? Wahnsinn. Und der noch ist dabei. Heftig. Ist aber keine Version für den Orthonormalverbraucher, nehme ich mal. Nein, sicher nicht. Okay, kann man irgendwas tun, um vorzubeugen? Ja, vielen Dank. Eventuell sind ja noch Fragen bei Ihnen zu Hause offen rund um das Thema HCM. Wenn Sie noch eine Frage haben, rund um das Thema oder zum Thema Herz allgemein, können Sie gerne anrufen unter der 0800 5678 3x7. Herr Pizuli steht noch zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen gerne. Die Polizei in Königswinter warnt mit Flugblättern vor Betrügern. Denn professionelle Banden versuchen ja immer häufiger am Telefon, hohe Geldbeträge von ihren Opfern zu ergaunern. Am Samstag könnte es auf der A559 und der A59 zwischen Porz und Trostorf eng werden. Auf den Straßen. Straßen NRW schneidet dort entlang der Lärmschutzwände Bäume und Sträucher. Deshalb wird für den Verkehr nur eine Fahrspur frei sein. Am Sonntag ist die Anschlussstelle Lind dran. Vormittags ist die Abfahrt in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Nachmittags die Auffahrt in Richtung Köln. Umleitungen sind ausgeschildert. Das Geschäft der Deutschen Telekom lief im vergangenen Jahr besser als erwartet. Der Bonner Konzern hat seine selbstgesteckten Finanzziele übertroffen. Mörder gesucht. In Bornheim ist eine Frau ermordet worden. Aber wer ist der Täter? Gleich vier kommen in Frage. Aber nur einer war es. Wer findet ihn? Den natürlich fiktiven Bornheimer Mörder. Darum geht es in einem Spiel namens Dein letzter Coup. Erfunden von einer Frau aus, wie kann es anders sein, aus Bornheim. Eine Mathematikerin. Kein Wunder, dass es beim Spielen auch aufs Köpfchen ankommt. Er zaubert gerade einen weltberühmten Kuchen. Der ist in Bonn-Bad Godesberg erfunden worden, im Café Schöner. Obwohl die Torte dem Namen nach eher nach Schwarzwald klingt. Nach 66 Jahren schließt jetzt das Café Schöner. Klar, dass wir noch mal hin mussten. Auch wegen der Torte. Lecker. Hat doch tatsächlich geregnet heute Nachmittag. Ist man gar nicht mehr daran gewöhnt. Hier sind die Aussichten für Bonn und die Region. 16 Grad. Wahnsinn. Das war es von uns für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir wünschen jetzt einen schönen Abend. Sagen Tschüss und bis morgen. Und hier geht es weiter mit der Tagesschau.